Yo Leute! Nein. Yo Leute, was geht? Ciao! Der Panda und der Lenny mit einer neuen Folge Dragon Ball für euch. Ja, wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, dann schaut doch mal hinten am Ende des Videos haben wir das euch verlinkt und ja wir haben uns dafür entschieden dass unser Charakter Rainer Müll heißt kreativ würde ich sagen und jetzt gestalten wir mal das Aussehen Größe eindeutig 2,50 Meter Ja, nein, nein, nein Ja! Nein, 2,50 Meter Körpertyp, oh nicht, so ein Brecher, nee, eher so ein das sieht doch scheiße aus Ja, mach den Typ Bitte ende erstmal das Kinn dann kann man sich das erst vorstellen Ähm, Mund und Kinn Ähm, das mit der Narbe da Nice Ähm, Nase Machen wir ohne Ja, die Weil die Die Zack Äh, Pupillen Ja, richtig, richtig auf Koks, der Mann Mus, muss Bei den Augen haben sie einiges gekonnt. Ja komm, mach hier richtig die 80s-Tolle da gerade eben. Oh, Tokio Hotel? Wollen wir Tokio Hotel nehmen? Nein, wir nehmen nicht Tokio Hotel. Das sah aus wie Raoul. Der sieht gut aus. Das ist der KLS-Verschnitt. Das war schön 80s. Komm, wir nehmen den Raoul. Jetzt noch Haarfarbe. Die Ohren. Einmal richtiger Segler. Ähm, Farbe. Hautfarbe. Wir können den sogar... Ist das deren Ernst? Wir können den rosa machen, meine Freunde. Gebt euch das einfach mal. Der ist fast so... Geil, wir können... Der könnte aber sagen, weißt du... Oh, der ist... Man darf ja nicht sagen, was für eine Farbe wir machen wollten. Wir wollten den so farbig machen wie der T-Shirt. Also das war... Sieht krass aus, oder? Ach, ja. Sieht irgendwie voll... Mach, das sieht aus, als wenn er aus Stahl wäre. Sieht überkrass aus. Mach. Lass. Und jetzt nur noch die Haarfarbe in so... In so... Oh, nice! Passend zum Outfit. Du machst einfach komplett Man of Steel. Und wir machen so weiß und dann... Alles weiß. Mal gucken, wie das aussieht. Äh, das ist ein Albino. Alter, wie krank sieht das denn aus? Das ist ein Albino dann. So, so ein Man of Steel-Style hier? Ja. Das sieht gut aus. Oh, perfekt, Alter. Der zerberst die Hände schon richtig, Alter. Was ist da los, Alter? Richtig einmal skalieren. Ich kann schon was. Nice! Augenfarbe. Feuerrot. Oder machen wir Feuer... So ein Bild. Oder machen wir Feuergrün. 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 Wollen wir Blau machen? Nee. Also wenn jetzt hier unser guter Kollege Raoul zuguckt, wir machen Pazifik Grün. Pazifik Grün. Rann bei dem! Was ist das? Handfarbe? Jetzt können wir... Ach so, die Handschuhe, ne? Also ich bin ganz stark dafür, dass er rosa Handschuhe macht. Oh Gott. Hallo! Oh! In dem Rest, ich bin... Mach schwarz. Ja. Kostümfarbe oben. Ja, so ein bisschen orange Farbe. Ja, da... ne, eins runter. Das war ganz gut. So ein bisschen Goldton. Noch eins? Ja. Oder? Das ist die richtige Farbe dafür. Den... den Gürtel? Der muss braun sein. Ja. Schwarz. Einfach so gut. Schuhfarbe. Das passt. Bestätigen, oder? Freunde. Der sieht aus, alter. Der... Der sieht so behindert aus. Egal. Juckt uns nicht. Läuft. Mach einen nur für euch. Gefühlung. Balance, oder... Wut? Kampfstil? Ich mag auch... Ich mag es auf Tuch. Ich mag es auf Tuch. Ja, okay. Es war klar. Nah oder fern, ich halte Balance. Ja, wir machen nah und fern, wir halte Balance. Oh, er wollte hier halt gerade so eine Disco... Disco Pogo. Dingalingaling. Ja. So, ich würde mal sagen, die zweite Runde darf Lenny dann machen. Wir haben einen Erfolg freigeschaltet. Wow. Das ist der Anfang. Also wir waren gerade im Jahr 700 irgendwas. 774 glaube ich. Oh, Alter, die Augen, alter. Der ist voll auf Monsterdrink, alter. Oh, der Mund, komplett rot, die Augen, komplett grün. Der ist auf Stoff. Der hat Stoff. Der, der, der Stoff, alter. Der nimmt nicht nur Anabolika, Jungs. Der ist vollkommen drauf. Ciao. Alles klar. Haust da rein. Nee, der Spruch, der geht mir nicht aus dem Kopf. Hallo, Leute. Ja, Leute, was geht. Ciao. Der sieht so bescheuert aus. Obwohl, der hat die Narbe. Ja, aber er ist nicht Silber. Ja, aber er ist nicht Silber. Ja, sicher. Ich werde es dir alles erklären. Für jetzt. Mal sehen wir, wie viel Kraft du hast. Ganz kurz, wie lange der angeflogen kam, obwohl wir zwei Meter vor ihm standen. Okay, Lenny, nicht verlieren. Ich glaub, das könnt ihr gar nicht verlieren, glaub ich. Da stand auch Niederlage und Gewinn. So, liest es erstmal bitte durch. Also, bewegen. Kann man bewegen. Okay, Sprung, sinken. Also, LT und nach vorne ist der Boost. Den hatte ich ja gerade. Okay, Schrittbewegung zu machen. Ja, das sind die ganzen Bewegungen. R, B an, wir sehen. Okay. Wechseln mit R. Ja, okay, das läuft bei dir. Speedlaser. Ja, ich mach. Ja, X-Mashen, das ist die einzige Taktik. Ja. Bäm. 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 Ja, hier, ne? Wir sind wirklich Männer im Stil, ne? Okay, wenn du den Gegner anruf machst. Alter, kannst du mal dich entspannen hier mal? Telefonation. Okay, halte LB und feindlicher Angriff, okay. RT für Steueranleitung maximal vier Subangriffe, ja, okay. Für LT und RT, ne? Ich lese es dir mal vor, weil du es eh nicht liest. Ah, ja. Dann machen wir einen super Angriff. Beide Tasten halten. Hält. Das war ein toller Finisher, Lenny, das haben wir auf jeden Fall klasse gemacht. Geschafft. Also mir Bock, das Spiel auf jeden Fall schon mal richtig. Ja, ich weiß, die Games sind anders. Ja, der Rang. Rangset sogar. Lenny Aufstieg. Halt den Haus. 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 Das ist die Toki-Toki-Werld. Ist das geil. Krasser Typ. Guck mal, es scheint die Sonne, der hat einen Monch an, ne? Abgehörner Typ, Alter. Guck, er steht schon da. Frauen haben immer Probleme mit Wärme und Kälte. Guck dir an, wie er da steht. Und die Haarfarbe ist echt verdächtig. Und wir haben zu wenig Alpizim genommen, so wie wir unsere Haare geworden sind. Guck ihn ja, ist ja genau so. Als ob wir eine Möglichkeit hätten, wenn wir sagen, nö, dann think outside of the box und gehen wir nach Hause. Nee, komm, später wieder. Ich spiele FIFA. Ich muss dann noch so ein paar Sachen erreden. Man hält sich die Hand von mir. Man hält sich die Hand von mir. So, wenn wir mal die Folge starten sollen, ne? Ja, Lenny, ist okay. Wir hauen einfach mal wieder. Nein, ich habe doch gerade extra zurückgemacht. Ganz ruhig, brauche ich mal. Achso, das war noch nicht mal die erste Seite. Du hast schon, ja, alles klar. Ich habe einmal schon so gemacht. Ja, das hat mir aber halt... Weil ich direkt loslaufen wollte. Man merkt, diese Geduldigkeit ist bei Lenny da. On top. Deine Liebe ist not. Ja, copyrighted. Mach mal lieber nicht. So, unterwegs in Toki-Toki-Stadt. Wir sind in Toki-Toki-Stadt. Wir müssen das ausnutzen, dass wir einmal in so einer geilen Stadt leben dürfen. So, Hauptmenü der Lobby. Ja, okay, das ist... Erstmal raufgucken. Vorher Playstation Control an der Hand gehabt. Wir spielen das übrigens auf der Xbox. Unverkennbar an dem A-Button natürlich unten. Verstehe ich nicht. Ja, ich weiß, dass du das nicht verstehst. Ich kann es ja auf. Ich kann es leider nicht tanzen, weil ich den Kopfhörer rauf habe. Mal es mal auf. Bitte? Mal es mal auf. Also, sprich mit den NSCs. So, wollen wir da mit dem anderen sprechen mal. Mit der Imae. Die Steuerung changed hier auch dauernd. Morgen. Mit Imae. So, meine Freunde. Aber bevor wir jetzt die Mission von Imae annehmen, würden wir sagen, machen wir hier einen Cut. Und wir sehen uns dann gleich in der nächsten, Freunde. Macht das gut. Haut rein. Ciao. Ciao.